Wir müssen die Art und Weise, wie wir Forschung betreiben, radikal beschleunigen. Dafür brauchen wir ein völlig neuartiges Labor, in dem Roboter Experimente durchführen, angeleitet werden durch KI. Moin, ich bin Helge Stein, ich bin Professor für digitale Katalyse an der TUM School of Natural Sciences. Die Forschung, die wir bei mir am Lehrstuhl machen, ist eigentlich so eine Mischung aus Chemie, Robotik und Datenwissenschaften. Maschinelles Lernen braucht viele hochqualitative Daten und die bekommt man vor allen Dingen, indem man einen Roboter die Experimente durchführen lässt, weil Roboter wesentlich reproduzierbarer Experimente durchführen können, als die meisten Leute das im Labor können. Wir brauchen auch sozusagen die Verzahnung aus Robotik und maschinellem Lernen und das ist das Datenmanagement. Was uns halt genau sagen kann, was ein Roboter wie, wann und wo gemacht hat. Wir steuern mittlerweile auch Experimente in anderen Laboren und verbinden die Forschung an mehreren Standorten in Europa zu einem großen Netzwerk. Die Art und Weise, wie wir jetzt forschen, ist dadurch auf einem ganz anderen Level, weil wir plötzlich Dinge miteinander korrelieren können, die vorher einfach nicht sichtbar waren. Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und meinen Beruf zu meinem Hobby gemacht. Ich brenne dafür und freue mich immer ganz besonders, wenn ich diese Flamme der Innovation, aber auch die Flamme der Chemie an die nächste Generation weitergeben kann. Mal schauen, wie die Erstis dieses Semester so drauf sind. Danke. pm